Scheiße man, ich hab noch keine Videoidee. Schon 11.37 Uhr, das Video muss um 16 Uhr kommen, was mach ich denn jetzt? Naja, ich geh einfach in Minecraft, so meine Testwelt, Creative Inventory und jetzt einfach irgendein Item raussuchen. Äh, so das. Warp Fungus on a Stick. Viele Leute vergessen dieses Item-Auftor, wissen gar nicht, dass es existiert, aber es ist tatsächlich echt OP. Okay, naja, es geht. Wenn man das hat, kann man halt im Nether auf einem Strider reiten. Man sollte das aber nicht unterschätzen, ich meine, man kann einfach über Lava laufen, wie Dream. Man muss dafür nur eine Angel haben, einen Warp Fungus-Biom finden, den Pilz abbauen, bis dahin nicht sterben, einen Strider finden. Da hat man immer noch keinen Sattel, um den Strider zu reiten. Die einfache Variante ist dann, glaube ich, doch einfach Optifine zu benutzen, damit der komische Nebel endlich weg ist. Denn der ist wirklich...